Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Doc Will von Lars von Trier. 2003 kam dieser Film in die Kinos. Es ist der erste Teil der bislang noch unabgeschlossenen Amerika-Trilogie. Lars von Trier hat hier etwas sehr, sehr Großes geschaffen. Zunächst einmal ist es ein Film, den man als einen amerikanischen Film wirklich begreifen muss. Und damit wir das tun, hat Lars von Trier ganz stark auf Hollywood-Stars gesetzt. Da ist Nicole Kidman wahrscheinlich in ihrer besten Rolle. Hinreißend spielt sie die Hauptfigur Grace, aber da sind auch große Namen von einst. Zum Beispiel Lauren Bacall. Sie ist der Star des 40er Jahre Kinos und an der Seite von Humphrey Bogart spielte sie vor allem im Film-Noir-Genre eine ganz große Rolle. Zum Beispiel in Filmen wie Haben oder Nichthaben oder Tote schlafen fest. Und dann ist da noch James Caan. Auch der ist wichtig für die Filmgeschichte als Sonny Corleone in Der Pate. Und damit setzt auch Lars von Trier seinen Film schon in Bezug zum Genre-Film-Noir, zum Gangster-Film. Denn auch das ist Dogville, wenngleich wir es bei Dogville erst einmal mit einem Drama zu tun haben. Grace ist auf der Flucht vor Ganoven. Was genau davor gefallen ist, das erfahren wir nicht. Aber sie hofft in einem kleinen armen Städtchen namens Dogville aufgenommen zu werden. Der Möchtegern- Schriftsteller Tom Edison ist zum einen sofort von ihr fasziniert. Zum anderen sieht er es aber auch als die moralische Pflicht an, jetzt für sie zu sorgen, sie als Verfolgte in Dogville aufzunehmen. Aber die Bewohner des Örtchens, die sind da etwas skeptischer. Grace soll erst unter Beweis stellen, dass sie nützlich für die Gemeinschaft ist. Sie muss also jeden Tag für jeden eine Stunde arbeiten. Erst scheint gar nichts für sie zu tun zu sein, doch nach und nach würdet man Grace immer mehr auf. Bis es Grace gar nicht mehr aushält. Sie will fliehen, doch dann legt man sie in Ketten, damit sie nicht entkommen kann. Wie geht eine Gemeinschaft mit einer Fremden um? Das ist die Grundfrage, die dieser Film stellt. Und das Ganze ist eine allegorische Erzählung. Es geht zum einen um Xenophobie, um die Angst und den Hass auf Fremde. Es geht um die Ausnutzung des Außenseiters. Er muss sich erst einmal besonders beweisen, dass er überhaupt hier es verdient hat, aufgenommen zu werden. Es geht aber auch um die Erotisierung des Fremden. Einmal ausgehend von Tom Edison, der fasziniert ist von Grace, aber dann auch ein sehr drastischer Manier von den anderen Männern. Nach und nach wird Grace von diesen Männern vergewaltigt. Dann hat Grace eine vierte Funktion, eine Sündenbock-Funktion. Grace wird man für Verbrechen schuldig erklären, die sie gar nicht begangen hat. Und dann fünftens haben wir es hier mit einer Außenseiterin zu tun, die vor allem einem dient, nämlich dass sich hier ein Wir konstituieren kann, und zwar ein exkludierendes Wir. Es ist nicht schwer, diesen Plot zu übertragen, zum Beispiel auf die EU und ihren Umgang mit den Flüchtlingen. Doch wir wollen uns auf die besondere Machart des Films, auf diese ungewöhnliche Form konzentrieren. Dass diese Geschichte eine so große Universalität hat, dass diese Konstruktion eines Wir gegen jemanden dort draußen so gut übertragbar ist auf alle möglichen Konstellationen, liegt an der Form. Nicht nur an der Geschichte, sondern es liegt auch daran, wie Lars von Trier das macht. Und es gibt diese Bezüge zum Film Noir, aber es gibt auch ganz viele Bezüge zum Theater. Zum Beispiel denkt man da an Thornton Wilders, unsere kleine Stadt. Besonders aber ist es Berthold Brecht, der hier ganz entscheidend für die Arbeit von Lars von Trier ist. Und da ist zum einen das Lied der Seeräuber Jenny aus der Drei-Groschen-Oper. Eigentlich kann man sagen, Lars von Trier hat dieses Lied, das nur ein paar Strophen hat, dieses Lied auf drei Stunden ausgedehnt. Und dieses Lied beginnt mit, meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Ich empfehle sehr die Interpretation von Hildegard Knef, die man auf YouTube finden kann. Und gegen Ende heißt es, und es werden kommen hundert gen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Diese Geschichte erzählt Lars von Trier, Grace, die da unterdrückt wird, geknechtet wird und dann passiert etwas, was wir hier nicht vorweg nehmen wollen. Jeder Bewohner von Dockville macht sich schuldig. Von Trier ist hier sehr nah anbrecht und beiden geht es darum, eine These unerbittlich zu verfolgen, eine Frage zu stellen und sie immer und immer wieder zu stellen und am Ende auch zu beantworten. Darum geht es sehr häufig in Lars von Triers Filmen. Zum Beispiel, kann man als guter Mensch weiterhin ein guter Mensch bleiben oder kann man überhaupt ein guter Mensch sein in einem unmenschlichen System? Das fragt ja Berthold Brecht in Der gute Mensch von Sessuan. Und in Dockville fragt von Trier, kann man gnädig mit Menschen sein, die sich allesamt als unbarmherzig erwiesen haben? Und was tun mit einem System, das nur auf Nützlichkeit und Verwertung ausgelegt ist? Ist das überhaupt noch reformierbar? Wie bei Brecht ist auch bei Lars von Trier die Antwort sehr, sehr klar. Die wollen wir hier nicht vorwegnehmen, aber diese Schönheit, diese Klarheit, die ist doch etwas, was die beiden sehr stark verbindet. Doch die Verbindung des Films zum wichtigsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts geht noch wesentlich weiter. Dockville ist eine Auseinandersetzung, eine filmische, mit dem epischen Theater von Berthold Brecht. Was wollte Brecht? Brecht schrieb zum Beispiel, das Nötigste ist genug. Was wollte er also nicht? Er wollte nicht ein Theater, das mit unglaublich vielen Kulissen auffährt. Er beobachtete, wie seit dem 18. Jahrhundert, dann im 19. Jahrhundert vor allem sehr stark und Anfang des 20. Jahrhunderts das Theater immer naturalistischer wurde. Man muss sich nur mal die Nebentexte von Gerhard Hauptmanns Dramen durchlesen. Da liest man fast Romane. So ausführlich sind die Beschreibungen der Dinge, die dort auf der Bühne sein müssen, damit das irgendetwas widerspiegelt. Die Bühne wird hier sehr stark als ein Abbild der Wirklichkeit begriffen. Auch das künstliche Sprechen, das verschwand nach und nach. Der Zuschauer soll sich mit einzelnen Figuren und diesen Einzelschicksalen identifizieren. Eine Distanznahme ist dann kaum noch möglich. Das kritisiert Brecht. Im Prinzip kritisiert er aber damit auch, wie wir Hollywoodfilme rezipieren. Auch dort sehen wir Einzelschicksale und wir sehen einen naturalistischen Bombast. Wir sehen das Einzelschicksal von Jack und Rose und sagen, schade, dass die Titanic untergehen müsste, sonst wären sie doch ein glückliches Paar geworden. Brecht erteilt nun diesem Theater eine Absage und das aus politischen Gründen. Denn er sagt, zu sehen ist so nämlich nicht, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Es ist eine Individualisierung, die da vorgenommen wird, die auch eine Individualisierung von Problemen meint. Und so kommt man auch nur zu individuellen Lösungsansätzen. Damit der Zuschauer in Distanz zum Gezeigten treten kann und dann auch zum Denken aktiviert wird, setzte Brecht auf seinen berühmten Verfremdungseffekt, beziehungsweise es sind Verfremdungseffekte, V-Effekte auch genannt. Es geht darum, Illusionsbrüche zu erzeugen. Das geht zum einen dadurch, dass man nicht eine solche naturalistische Bühne baut, sondern eine sehr minimalistische. Man braucht keine riesigen Stadtkulissen. Es reicht, wenn da einfach eine Ortstafel ist, auf der zum Beispiel Doc Will stehen könnte. Lars von Trier hat für seinen Film eine Brechtbühne bauen lassen. Die Häuser der Stadt sind nur mit Kreide aufgemalt und nur die nötigsten Utensilien sind zu sehen. Das andere ist nur angedeutet, ist sehr stilisiert dargestellt oder man schreibt es einfach hin. Zum Beispiel für Hund schreibt man Hund hin. Man braucht keinen Hund auf der Bühne. Der schwarze Bühnenboden ist klar umgrenzt und begrenzt und ringsum. Da ist je nach Uhrzeit schwarz oder weiß. Das ist aber dadurch noch kein abgefilmtes Theater, sondern dieser Film ist äußerst filmisch. Er arbeitet stark mit Großaufnahmen. Manche Einstellungen sind wie Gemälde zu sehen. Und der Film arbeitet mit weiteren V-Effekten, mit Unterbrechungen. Da haben wir diese klare Kapiteleinteilung. Die reißt uns ja immer wieder aus dem Film heraus. Dann bedienen sich die Figuren einer leichter artifiziellen Sprache. Besonders aber ist es der Sprecher aus dem Off, der das Artifizielle noch einmal verdeutlicht. Und diese Skizzen- und Kulissenhaftigkeit, die sorgt dann auch noch dafür, dass wir in Distanz zu dem Gesehenen treten, dass wir irgendwie das Gemachte erkennen. Auch das Licht wird thematisiert. Wie das Licht gerade über der Stadt liegt, wird immer vom Sprecher auch kommentiert. Wenn gleich Lars von Trier nicht so weit geht, dann auch noch die Lichtquellen direkt zu zeigen. Der Film erscheint hier eindeutig als eine künstliche Welt. Und das erinnert tatsächlich gar nicht nur so sehr an Brechts Theater, sondern in gewisser Weise wird hier auch etwas deutlich, was Berthold Brecht schon sagte über das bürgerliche Theater im 18. Jahrhundert, als es noch nicht naturalistisch war. Er schreibt da, das Theater der bürgerlichen Klassik stand in jener glücklichen Mitte der Entwicklung auf das naturalistische Illusionäre zu, wo die Maschinerie so viele illusionäre Elemente stellen konnte, dass einiges Natürliches vorgestellt werden mochte, aber nicht so viele, dass das Publikum Glauben gemacht wurde, es sei nicht mehr im Theater und die Kunst bestand darin, den Eindruck zu vernichten, sie sei am Werke. Die Lichteffekte waren noch primitiv, denn es gab die elektrische Birne noch nicht, wo mangelhafter Geschmack die Abendsonne zuließ, verhinderte mangelhafte Maschinerie die völlige Berückung. Diese völlige Berückung, die soll hier nicht stattfinden dadurch, dass wir diese Kulissen sehen, dass das Licht kommentiert wird. Man versucht ein bisschen hier anzuknüpfen an das, was Brecht beschreibt. Warum? Mit welchem Ziel? Brecht sagt, die Realität muss bei aller Komplettheit schon durch eine künstlerische Gestaltung verändert sein, damit sie als veränderbar erkannt und behandelt werden kann. Und das ist der Grund unserer Natürlichkeitsforderung. Wir wünschen die Natur unseres Zusammenlebens zu verändern. Das heißt, wenn auf dem Theater zu sehen ist, dass wir es hier nicht mit Natur zu tun haben, man das aber dann das Gesehene auf sich bezieht, auf die eigene Situation, erkennt man auch die eigene Situation als eine, die veränderbar ist. Stellen wir uns vor, wir würden jetzt diese Geschichte von Grace in üblicher Hollywood-Manier präsentiert bekommen, wie in einem Steven Spielberg-Film. Dann wäre das auch noch eine Geschichte, die tendenziell über sich hinausweisen kann. Aber es ginge doch vor allem um die persönlichen Probleme von Grace und all der anderen Bewohner von Docville. Diese Individualisierung verhindert dann aber eine Universalisierung. Das Allegorische, das fehlt dann häufig. Und erst die Kulissenhaftigkeit macht etwas deutlich. Diese Welt wäre zu ändern, denn das ist keine natürliche Ordnung, sondern wie die Kunst selbst auch eine von Menschen gemachte. Aber ist das jetzt einfach ein Brecht-Film? Ist das jetzt einfach die filmische Umsetzung von Brechts Theorie? Nein, nicht so ganz. Wir sollten auch sehen, dass Docville ein Hollywood-Film ist. Und das liegt schon an den Schauspielern. Nicht nur, dass man auf Hollywood-Stars setzt, sondern man lässt sie auch weiterhin so spielen, wie Hollywood-Schauspieler eben spielen. Brecht wollte, dass auch die Schauspieler V-Effekte einsetzen. Dass sie aus ihrer Rolle zum Beispiel heraustreten. Oder dass sie die Rolle so maskenhaft spielen, dass sie als Rolle erkennbar wird. Dass sie ein sehr künstliches Sprechen produzieren. Aber das ist hier nicht der Fall. Warum wollte das Brecht? Er war vor allem gegen das Einfühlungstheater. Weil dieses auch wieder nur das große Ganze so sehr individualisiert, dass es nichts mehr als großes Ganzes erkennbar ist. Er schreibt dann, der Zuschauer des dramatischen Theaters sagt, ja, das habe ich auch schon gefühlt. So bin ich. Das ist nur natürlich. Das wird immer so sein. Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es keinen Ausweg für ihn gibt. Das ist große Kunst. Da ist alles selbstverständlich. Ich weine mit den Weinenden. Ich lache mit den Lachenden. So rezipieren wir für gewöhnlich Hollywood-Filme. Brecht will was anderes. Er schreibt, der Zuschauer des epischen Theaters sagt, das hätte ich nicht gedacht. So darf man es nicht machen. Das ist höchst auffällig. Fast nicht zu glauben. Das muss aufhören. Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es doch einen Ausweg für ihn gäbe. Das ist große Kunst. Da ist nichts selbstverständlich. Ich lache über den Weinenden. Ich weine über den Lachenden. Also eine kontraintuitive Überhaltung nimmt man dazu ein. Und wir fragen uns, wie rezipieren wir denn jetzt diesen Film Dogville? Wie rezipieren wir eine Figur wie Grace? Man muss festhalten, es ist nicht so eindeutig. Es ist beides. Es ist ein Sowohl-als-auch. Lars von Trier setzt absichtlich auf Schauspieler, deren Spiel nicht in einer Brecht-Tradition steht. Das verstärkt aber auch den Überraschungseffekt am Ende, wenn dann abgerechnet wird. Und es verschiebt den Hollywood-Film und dekonstruiert ihn auch sehr stark. Aber es zertrümmert ihn nicht gänzlich. Sonst hätten wir es mit irgendeinem Experimentalfilm zu tun. Dogville ist eine Verneigung vor Hollywood. Ganz, ganz klar. Denn es funktioniert ja trotzdem. Wir sind, obwohl wir all das sehen, so hingerissen von der Magie des Kinos. Auch wenn uns klar ist, das ist ein Filmset, das da aufgebaut wurde, um diesen Film zu drehen. Die Reduktion auf wenige Dinge, die Brecht einfordert, die genügt im Kino absolut. Und ich würde hinzufügen, die genügt auch häufig im Theater, um uns von der Magie des Kinos oder des Theaters einnehmen zu lassen. Das ist ein bisschen auch wie bei den späten Bildern von Javlensky oder Picasso. Niemand würde da sagen, ach schade, dass sie es nicht mehr so deutlich naturalistisch machen, sondern gerade weil sie es nicht so tun, ist es so stark. Gehen wir ruhig noch einen Schritt weiter. Dogville ist kein Theater, sondern die filmische Adaption von Brechts epischem Theater insofern, als etwas Neues daraus entsteht, dass sich hier auch jemand von Brecht wegbewegt, ja ihm zum Teil sogar widerspricht. Nicht nur obwohl, sondern gerade weil wir die Konstruiertheit der Illusion sehen, wirkt die Magie des Kinos so intensiv. Und wir können auch hinzufügen, vielleicht ist das gar nicht so richtig, was Brecht da sagt, dass wir zwar diese Distanznahme hinbekommen dadurch, vielleicht aber auch gerade durch diese Distanznahme nochmal viel stärker davon affiziert werden von dieser Künstlichkeit, wo wir sie als solche wahrnehmen. Wir genießen gar nicht die totale Immersion. Das ist vollkommener Quatsch. Das behaupten irgendwelche Blockbuster-Regisseure oder diese Technik-Fetischisten, die sagen, ja wenn wir erstmal die Ultra-HD-Aufnahme haben mit 3D-Technik und den rüttelnden Sitzen, die noch die Action widerspiegeln, dann werden wir ganz aufgehen in der Geschichte. Nein, denken wir doch an unsere frühen Erfahrungen im Puppentheater als Kinder. Aber selbst als Erwachsene können wir das noch nachvollziehen. Da vermissen wir nicht die Menschen. Da ist uns das nicht zu wenig naturalistisch, sondern gerade weil es das Puppenspiel ist, das so deutlich ein Spiel ist, sind wir so unglaublich davon hingerissen. Oder auch bei Animationsfilmen würde ja niemand sagen, schade, dass es keine Menschen sind. Na gut, vielleicht Disney natürlich. Das Künstliche Selbst ist eine Kluft, in die wir Zuschauer uns begeben. Sie ist Fiktion, aber zugleich scheint sie realer als die Realität zu sein. Und heute, da sind wir eigentlich immer noch sehr stark gefangen und nicht nur im Hollywood, sondern generell in unserem Diskurs über Film, gefangen in dieser naturalistischen Ideologie. Das zeigt sich auch ganz klar daran, dass man jetzt immer schaut, wer darf wen repräsentieren, welcher Schauspieler darf welche Rolle übernehmen. Man möchte eigentlich ein Abbild der Wirklichkeit schaffen. Man will das so aufbauen wie vielleicht ein Parlament oder so. Der Film wird dann nur die Verdopplung des Bestehenden. Aber das ist alles viel zu kurz gedacht und das Kino verliert auch so seine Relevanz. Dann sind Filme auch wirklich nicht mehr zu unterscheiden von irgendwelchen Fernsehsendungen und all den vielen Clips, die man in den sozialen Medien so finden kann. Nur die Künstlichkeit wird das Kino retten und wird uns retten, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen.